Was geht ab Leute? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit eurer Kamera live streamen könnt und das ohne Capture Card. Ja, ihr habt richtig gehört, wir brauchen in dem Fall keine Capture Card oder keinen Elgato Cam Link oder sonstiges Interface, womit wir das HDMI Signal von der Kamera in den Computer bekommen. Das Ganze machen wir mit einem einfachen Micro USB Kabel. In diesem Video zeige ich das anhand von Sony Kameras, aber ihr könnt das natürlich auch, falls ihr ein anderes Kameramodell habt oder einen anderen Hersteller benutzt, natürlich auf euer System adaptieren. Was ihr dafür braucht, ist eine Software, mit dem ihr die Kamera von eurem Computer aus steuern könnt und auch das Bild per USB abgreifen könnt. Bei Sony ist es in dem Fall die kostenlose Imagine Edge Software und ansonsten braucht ihr fürs Livestream auch noch OBS, was es auch kostenlos gibt. Link dazu in der Videobeschreibung. Wie schon gesagt, werde ich das in diesem Video anhand von Sony Kameras zeigen und dabei spielt es gar keine Rolle, ob ihr jetzt eine ältere A6000 habt oder eine A6300, eine A7, eine A7S2, eine A7R4, eine A9 oder jetzt in meinem Fall werde ich das mit der A6600 zeigen. Wichtig dabei ist, dass ihr im Menü erstmal was einstellt und zwar geht ihr ins Menü unter Einstellung 4 und dann unter USB Verbindung. Ganz wichtig dabei ist, dass USB Verbindung PC Fernbedienung eingestellt ist. Was ihr ansonsten benötigt, ist ein Micro-USB-Kabel bzw. das passende Kabel zu eurer Kamera. In der Regel ist es im Lieferumfang enthalten, denn wichtig dabei ist, dass es ein Datenkabel ist und nicht nur eins zum Aufladen von Geräten. Dann verbindet ihr eure Kamera mit dem USB-Kabel, mit eurem Computer oder eurem Notebook. Falls das Kabel zu kurz sein sollte, schaut mal in eurer Kabelkiste nach, ob ihr vielleicht ein längeres findet. Ich habe hier eins auch gefunden gehabt. Alternativ lässt es sich eventuell verlängern, falls ihr solche Adapter habt oder ihr bestellt einfach ein längeres im Internet. So und weiter geht es hier am Computer. Als allererstes starten wir erstmal OBS Studio. Und wichtig ist hierbei auch, dass ihr ein Mikrofon angeschlossen habt am Computer. Denn der Ton wird nicht über das USB-Kabel von der Kamera mit übertragen. Und in meinem Fall benutze ich einfach das Rode NT-USB, was ich auch immer für meine Desktop-Aufnahmen benutze. Und wichtig ist, dass ihr hier das Ganze auch ausgewählt habt. Mikrofon, NT-USB. Und das Ganze kann man hier auch nochmal unter Einstellungen, Audio. Und da müsst ihr auch auswählen, falls ihr den Desktop-Ton haben wollt. Ja oder nein. Deaktivieren, aktivieren. Je nachdem, was ihr gerade machen möchtet. Und dann starten wir mit der Szene. Einfach eine neue Szene anlegen. Ganz egal, wie ihr die benennt. Dann eine Quelle. In dem Fall nehme ich mal eine Bildschirmaufnahme als allererstes. Und dann wähle ich mir meinen zweiten Desktop aus. Okay. Und als nächstes starten wir mal die Remote von Imagine Edge. Jetzt wird hier direkt die A6600 erkannt. Eine ganz kurze Unterbrechung, bevor wir weitermachen. Falls dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch dir selbst. Sobald sich die Remote geöffnet hat, sehen wir direkt auch das Kamerabild und können hier an der Seite auch nochmal verschiedene Einstellungen vornehmen. Was wir nicht brauchen, ist den Aufnahmeknopf. Und das ist auch ganz gut, denn die Überhitzung der Kamera wird dadurch deutlich minimiert, weil der Sensor nicht beansprucht wird mit einer Aufnahme. Und was ihr auch beachten solltet, zumindest in dem Fall bei der Sony, ist es so, dass ihr im Videomodus sein solltet. Denn dann ist das Bild hier auch deutlich schärfer als im Fotomodus. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber wir wechseln jetzt mal wieder zu OBS. Und jetzt können wir hier unten eine neue Quelle hinzufügen. Fensteraufnahme. Da nennen wir das Ganze einfach mal Sony. Und gehen dann in das Fenster Remote. Und jetzt OK, haben wir direkt schon mal das ganze Fenster und können das hier auch verschieben. Und wenn wir hier auf diese kleinen Nipsys an der Seite drücken, können wir das Ganze größer und kleiner machen. Und mit gedrückter Alt-Taste können wir auch den Bereich ausschneiden. Und wenn ich mir jetzt hier das so zurechtschneide, als Beispiel einfach mal, wieder loslasse, klein mache, hier unten in die Ecke packe, habe ich schon mal ein ziemlich gutes Streaming-Setup gebastelt. Was ihr auch beachten solltet, ist, dass ihr jetzt Remote nicht minimieren dürft, denn dann friert das ganze Bild ein. Das bedeutet, wir müssen das einfach hinter irgendwas anderes packen in unserem Bildschirm oder einfach auf dem zweiten Bildschirm einfach offen lassen. Das ist komplett egal. Hauptsache, es wird nicht unten in die Taskleiste minimiert. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie interessant ist das Thema Livestream eigentlich für euch? Habt ihr schon mal live gestreamt? Wollt ihr vielleicht live streamen? Wenn ja, auf welchen Plattformen, YouTube, Twitch? Macht ihr das vielleicht auf Instagram, dann nur mit dem Smartphone? Lasst uns gerne unten in den Kommentaren weiter diskutieren und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann!